Guten Tag meine Damen und Herren und ein glückliches neues Jahr Ihnen allen. Willkommen an Bord auf diesem Flug nach Tokio Narika. Mein Name ist Silvia Kradol-Verbohn und ich bin hier Magic-Abin. Sie bekamen bereits Informationen über den Abflug vom Piloten. Die Flugzeit heute ist mit 11 Stunden und 40 Minuten berechnet. Wie Sie merken, sind wir bereits am Zurückstoßen des Flugzeuges. Wir beginnen unsere Reise, deshalb schauen Sie bitte nach auf Ihre elektronischen Geräte und ganz ausgeschaltet und auf Flugmodus gestellt sind. In einem kleinen Moment zeigen wir Ihnen noch einen wichtigen, sowie auch interessanten Film über die Sicherheit an Bord und ich bitte Sie jetzt schon um Ihre Aufmerksamkeit. Es freut uns, dass Sie es gewählt haben und wir wünschen Ihnen eine ganz gute Reise. Sie sind mit Ihnen in der Welt. Ich bin Silvia Kradol-Verbohn und ich bin hieramatne. Ihr habt bereits Informationen über die מ�есть Pertur. Teile ist derzeit bei 11 Stunden und 40 Minuten. Ihr bekommt es, wir sind starten unsere Engines. Das heißt, die Elektronik-Equipmenten müssen jetzt immer auf In einem kurzen Moment, wir sehen uns eine interessante und sehr wichtige Sache, die Aufmerksamkeit und die Aufmerksamkeit anbord zu zeigen. Und ich habe bereits Ihre Aufmerksamkeit. Es ist ein Glück, dass Sie die Schwierigkeiten haben, und wir wünschen Sie eine sehr gute Reise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020